Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem JoJo Soldier und wieder zurück zu Trials oder mal wieder Trials und zwar natürlich wieder dabei GoBocky von GameGang.de und ein neuer Gast mit Bustel Aho und wie immer Buky hat die Maps deswegen startet der das richtig das ist ja auch so weil er das kann uh wenn wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde warten mussten dass JoJo ah ja klar fünf und schlager von JoJo endlich einen scheiß Deck Story aber das ist das Zeitreise-Ding oder? das ist dieses Zeitreise-Ding hier Jo kann sein ach ups was los? jetzt ist ja alles gut ich hing jo gerade an einer Stelle ja das macht ja nix das ist ja halb so wild das ist ja halb so wild ach scheiß ja ja nein was gibt's denn jetzt? zweimal die scheiße verkackt hier ey ja geht doch wenn ihr ja sehen könnt hat sich nichts geändert an was? ach du scheiße NEIN NEIN das wäre eine loser ey das wäre eine loser ey doch es hat sich wie immer was geändert denn nichts denn Boki macht immer noch denselben schon gehalten hört sich bloß über die Schnauze gehalten hm 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 ja aaaaaaaaaaah immerhin bis zur helft gab es ja gekommen also schonmal jaaah scheiß mit der hinterne jetzt haben wir sogar mal eine richtige Hot Edition weil es draußen zu heiß ist ohja mit Ventilator hier drinnen den man hoffentlich nicht hört doch man hört ihn nein du hast schon mal gesagt dass man nicht hört nja da hab ich dich angelogen hm hm deine Aufnahme kannst du wegschmeißen weil.. der Ventilator viel lauter ist als du nein kann nicht sein weil ich fühle mich ja auch im Echo du hörst dich auch im Echo? cap ja 달 Back transformation ah tschuldigung der Nisa muss das sein knackt irgendwie schluck auf Naja, mein Nieser ist ein Schluck-Opfe Och neee Hey, was? Ich kriege keinen Arm Boah, der Ey, das gibt's doch nicht, ich bin auf diesem... ... mit welchem Jack und... So, ich muss da oben lang, verdammt Ja Habt ihr das Server so auf, dass ihr durch den Trackfront eingepstert und dann wieder zurückgesetzt werden? Echt? Ne Nein Ja, ich bin durch den Trackfront erleuchtet Ich leg mich das nächste Mal hin Drücke auf B Und, äh, ja, ich bin wieder am Anfang der Map Was? Ist sicher, dass du B drückst? Ja Geht ja gar nichts anderes Ich hab auf, ich hab auf meinen Controller hab ich nichts anderes belegt, außer halt so mich nicht auf den Trackfront zu befetzen Ich ging nur noch zu beschichten Ich war grad schon relativ weit oben eigentlich Ja, natürlich, jetzt knapp Verdammt, ey Oh mein Gott Kassier ich hier ein DNF? Egal, noch ist alles auf... Atlantis, Atlantis Warum sagst du es zweimal? Atlantis, Atlantis, Atlantis Atlantis Du hast mich schon zu erinnern, was es für eine Map ist Tuck Tut Tut Oh Ja, das gibt's noch nicht Ja, komm Scheißdreck, ey Hä, was machst du denn falsch? Ja Ah, geil Ach, what's Oh Wie nennen wir das? Oh, krass Achso, da muss ein Ninja bestimmt hoch Shit Boah, was ist denn los? Ja, natürlich Hey, das ist doch scheiße Ich war oben Hallo Ach, Mann Hallo Ich hoffe, soll ich denn noch mal die Kante kommen? Ich hoffe, soll ich denn noch mal die Kante kommen? Ja! Ich hoffe, dass einer hinter den letzten. Ich komme jetzt nicht mal hier, wo wird Sonne kommen. Oh mein Gott, was ist denn das? Ohne Kack jetzt! Ich bringe mir meine scheiß Kante hier drüben. Doch, du hast nur was bei dem einen Hindernis da gemacht. Bei welchem Hindernis? Da, wo du die zwei fast geraden Wände... Die zwei fast geraden Wände? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ah! Mein Vater? Du hast es so gemacht, okay. Und ich habe jetzt halt versucht, da oben... Ach du Scheiße, wo ist denn hier das Ziel? Ja, du musst da ganz nach hinten fahren. Hä? Da, wo ich stehe. Du musst nach hinten fahren lassen bis zum Ende. Was sind die Wände? Oh, ey, wurscht doch! Ey, Mann! Welcher? Ja! Wirklich! Hast du nach vorne gebeugt? Nee! Ach so, das kann sein, ja! Scheiße! Ach fuck, ey! So, und hier gibt es wieder keine Punkte. Und, äh... So, hier gibt es Punkte. Haha! Ja! Das heißt doch, was darf ich, oder? Ja! Oh, warte! Oh Gott! Okay, jetzt kriege ich keine Punkte mehr. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Alter, ich war schon wieder durch den Checkfall. Ja, das gibt's auch nicht. Ah, das geht doch, Alter! Oh Gott! Oh Gott, ich hab das heute... Und was habt ihr hier vom Mopper bekommen gerade? Was? Was? Welches, wo und welches mit Vorraten habt ihr gerade? Evo! Hä? Ich dachte, man... Ich hätte hier noch nicht mit Vorraten bekommen, aber... ... Oh Gott Ja, scheiße Hä, was gibt's da jetzt? Ey, ich komm nicht mehr bei so einer Stange hier oben dran Irgendwann schaust du das schon Ach ja, stimmt ja, hier gibt's keine Punkte, weil das ist ja super cross Ach jetzt Hat aber lang gedauert Hä, wieso knall ich jetzt immer da oben ran, das ist mir nie passiert Ey, Henni, mach nur in der Aufnahme aus Also stumm wenigstens Boah, das geht mir so auf die Eier Dieses Crash rumgebugge An welchem Hinternes bist du? Ich, mit Bosch, äh, so Beim zweiten, bei dieser schallschrägen Wand und dieser Stange oben dran wohnst Ich hoffe, du dich ansatzweise wirst du dieser Stange Nein Oh, fuck Ja Das ist Kwinso oder so Jaa, natürlich Ey, komm, jetzt war ich drüber Geht doch Ach, scheiß drauf Weißt du, wann wir angefangen haben? Hm Mh Ach, 80 fähls Halt Halt Ach du, ach nee, try it's, gut Und ich muss gleich so arbeiten, hab ich nicht Lust, ey Oh ne, ach komm, ich kann dich so gründlich dann erst mal so gut Ja klar, und der Ja, ja, der, der Scheiße Ja, das würde ich auch können wissen Lock her Lock her Oh god, man Oh god Ja, ja, ja Ei Ja Boah, Scheiß, Dreck Pass auf, oder? Was? Geht doch, meine Fresse Muss das denn so lang dauern Oh god, ey Boah Oh, Scheiße Oh, Scheiße Aber es ist doch ganz einfach Ja, aber nicht in 10 Sekunden Ja auch, schaffst du noch Ja, 5 Sekunden mehr denn hast du geschafft Ordnung wurde hergestellt, Bucky, erster Platz Das ist keine Ordnung Ja, na klar Das ist eine Krankheit Krankheit? Ich bin doch nicht Krankheit Ach so, verdammt Ach so, verdammt Eigentlich auch, wollte ich nur über die Autos langfahren, ja, ne? Ja, solltest du ja eigentlich Nein, ne? Was? były Ich bin beha Ich bin Ich bin Oh, das ist okay, so. Whoa. Warum klappt das denn nicht, wenn ich bei der Stoppstelle da mit dem Hinterrad fuhre und rückst die, ich will jetzt nicht weiter fliegen, ey, trotzdem nicht davon haben. Weil du da irgendetwas falsch machst, würde ich mal sagen. Ne, du musst da mit Vollgas durchfahren, ne? Ruhig, ruhig. Ja, und dann ein Bunnyhop. Meine Fresse, wieso... Ach, geh nicht, verdammt. Komm mal ein Schild und flieg direkt nach vorne oben. Ach, Schwein gehackt. Ja, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht. Mein Gott. Gott. Na, ey, scheiß Dreck. Ach so, ach scheiß, das mach schon voll kack. Mein Gott, ey, das ist doch so scheiß. Oh, Fick. Nein, du hast es nicht wirklich geschafft, oder? Nein. Jetzt aber. Bist du rumgefahren, oder hast du dich an der Kante runterfallen lassen, in die Schanze rein? Hä? Bist du hier die erste Rampe hochgefahren, oder bist du direkt an der Kante runtergefallen lassen, hast dich runterfallen lassen, in die Rampe rein? Naja, hab ich schon gedacht gegeben. Hast du den Zusatzschwung genommen, oder nicht? Was für ein Zusatz? Na, wenn du erst gerade ausfährst und hochspringst, und dann hast du in die Rampe rein. Ja. Boah, das war ne Oder-Frage, du. Voll fast, nee. Warum werde ich so sein denn keine Ahnung? Naja, alles klar. Ne, ich hab da Gas gegeben und dann kurz vorm Jump Bunny Hop gemacht nach vorne. Und dann... Ne, ich hab da eigentlich längst gemacht. Naja. Mit Glück bin ich da dann hängen geblieben. Tja, du hn 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 hn. Ich bin der Scheiss Ey, ohne Kank, dieses erste Hindernis Komm mir drauf klar Komm mir da mal einer an Tifties irgendwie Bei welchem Hindernis denn? Beim allerersten mit dem Stoppschild noch Ja, Bunnyhop Ey, tu mich da die ganze Zeit, ich komm ja nicht mehr an die Ach, das ist doch die Ja, na endlich, ich hab's geschafft Nein, Alter, will mich das nicht verarschen, ich war doch schon im Ziel, ey What, wieso zählt schon wieder der Checkpoint bei mir nicht? Ja, deine Checkpoint ist ja verpackt Ja, ist wunderschön Ey, da geb ich ja Tipps, und anstatt Danke zu sagen, wunderschöne Waffe Ja, ich weiß, dass der verpackt ist Ja, ja, heul Nee, da bin ich ja auch Weil tu doch Oh mein Gott Ich muss ja nicht, ich fläm mir ja nicht rum, so wie du Boah, was ist denn das für ein Kotze hier, ey Boah, boah Nein! Oh, wieso? Fuck. Tochte, ich mir eben auch. Hey, wo ist das Ziel? Puh, hier. Ich muss halt weiter, ja? Genau, noch ein Stück. Und hier langsam fahren. Langsam, langsam. Und jetzt runterfallen lassen. Kuss auf. Genau. Ich bin jetzt aber doch rechtlich wenig, weil du trotzdem gewinnst. Außer du machst jetzt ein DNF. Ne, da selbst angewinst du. Scheiße. Ja, das wird jetzt eng, mein Freund. Ich habe nichts mehr zu gewinnen. Und so gesehen auch nichts zu verlieren. Genau. Da bist du gemacht. Du wirst jetzt mal richtiges Gefühl. Du wirst jetzt bitte alle richtig, dein Rund. Ich kann jetzt auch noch. Ich kann die Rund. Du wirst jetzt mal, man dann auch mal weiß ein paar Minuten mit dir. Ich kann das jetzt mal aufpassen. Okay, das ist jetzt mal so, ich bitte. Ich kann das hier mir vor. Du wirst jetzt mal mal die Rund. Du wirst vielleicht mal eine Art und Weise? Ich kann das mal sehr, was man very wichtig, oder? Du wirst du in die Zeit? Du wirst, was ich eigentlich nicht? Ich kann das aufpassen. Du wirst du verholt. Du wirst nicht mal aufpassen. Du wirst du das hier? Achso, da war ja schon das Ziel. Boah, ich war da schon drieben. Trieben. Ich zweck, aber. Ich war schon drieben. So, ähm, möchtest du noch was sagen? Scheiß voll, gell. Tschauuuun.